Und dann dein Heio und herzlich willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Leute, heute mache ich wahrscheinlich die schwierigste Challenge auf meinem Kanal. Und zwar, ich muss einen Win holen im Brawl Stars. Und ich darf nur mit meinen kleinen Fingern spielen. Das wird die schwierigste Challenge, die ich bisher gemacht habe. Sag ich euch ehrlich? Ihr könnt ja auch gerne mal selber die Challenge ausprobieren. Ob ihr sie so hart findet wie ich. Aber ich wallere, ich finde sie so hart. Geht aus eine Pipe. Der erste Kill mit den kleinen Fingern. Läuft überraschend gut. Oh Bruder, oh Bruder. Ich bin los mit den kleinen Fingern. Du sitzt nämlich. Ich geh auf die Pipe. Yo, 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 yo. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich kann... Oh mein Gott, das ist... Ja, mit den kleinen Fingern. Ja. Oh, ich hab mir sogar bei Cubs gesaved. Bringt das mir so viel? Ich denke eher weniger. Nein, 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 nein. Nein, nein, Mann. Oder, Leute, es ist so hart mit den kleinen Fingern zu spielen. Titel, mein Spiel. Oh mein Gott. Titel. Alter. Der Titel lautet, meine schwierigste Browser's Challenge. Wallah, Digga. Alter. Okay. Mr. P. Jetzt einfach anstrengen. Der Mr. P. ist elf. G. Ach, Bruder. Ach, Bruder. Es ist halt unmöglich, mit kleinen Fingern zu spielen, sei nicht ehrlich. So. Hä? Es ist halt for real unmöglich. Es ist halt for real unmöglich. Es ist halt for real unmöglich. Wenn mich jetzt, wenn mich jetzt die Ult holt. leck mich. Nein! Ach, Bruder. Ich will ja schon kommen, jeder wird los in die Kommentare. Ich schreibe, wir machen es halt, Alter. Alter, schreibt halt los in die Kommentare. Ich bin los, okay? Schreibt es halt in die Kommentare, ey. Nein, 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 die lassen mich doch in den Weg. Ja, ja. Hä? What? Hä? Es ist unmöglich, Alter. Es ist einfach unmöglich. Schreibt alle los in die Kommentare. Meinetwegen, Alter. Ich bin jetzt schon so in der... Ich habe jetzt einen Lauf. Mein Cube, mein Kill, mein Kill. Safe Kill, Safe Kill. Das ist schön. Ich bin der erste Keuer, der hat Challenge geführt. Loll. Es reicht nicht. Oh, noch. Dann ist gut so. Ich habe so einen Lauf gerade. Okay, okay, okay. Top 4, Leute. Top 4, Top 4. Oh, nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, hau ab. Hä? Oh, Digga. Ich sehe schon, komm. Jeder würde los in die Kommentare schreiben. Oh, Bruder. Es ist halt unmöglich. Wieder lauf. Sprout ist gut für mich. Habe ich. So, guck. Ich halte irgendwie jetzt so einen Lauf mit den kleinen Fingern. So kleine Fingern sind ein Meter. Nein, sieben Cubes. Nein, sieben Cubes. Supercell gönnt die sieben Cubes. Wenn ich jetzt in der Summe da umgegangen bin, wäre ich so ausgerüstet. So, wieder. Oh mein Gott. Diese Hits von Maud, also diese Schläge, dass er sich bewegt, die save me. Echt, ich habe Legs. Okay. Jetzt mit Legs. Wie habe ich mich gerettet, Bruder. Das ist halt so krank. Nein. Habe ich? Nein, Cubes. Nein, Cubes. Wenn ich das jetzt für Erstrei schaffe. Nein, nicht für Erstrei. Das sind ja Milliardenrunden. Guck mal noch. Richtig. Der Frank macht so auch. Hä? Oh nein. Habe ich? Richtig? Ich habe den save. Ich habe den save. Guck mal. Nein. Wie ich das jetzt schaffe. Der Dingens muss auf den Mortis gehen. Nein. Bitte nicht. Der Dingens muss zuerst auf den Mortis gehen, dann. Äh, auf den Frank. Ja. Ja. Nein. Nein. Regenerier Leben. Das wird jetzt so ein Battle. Ich schwöre. Nein. 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 Fast geschafft. Oh, nein. Oh, eine Megabux. Nice. Nein. So kurz davor es zu schaffen. Und dann sowas. Oh. Ich glaube, ich habe eine Taktik, wie ich das schaffen kann. Wenn das jetzt klappt. Es klappt. Oder? Es klappt. Nice. Nice. Okay. Ja, die Taktik klappt. Oh, habe ich? Defensiv spielen. So defensiv spielen. Ich schaffe es, ich schaffe es, Justus. Du schaffst das. Du schaffst das nicht, du schaffst das nicht. Möchte ich holt? Ja. Ich entkomme. Ich schaffe es. Oh mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Leute. Wenn ich das hole. Bei Top 3 gehe ich in die Mitte. Bei Top 3 gehe ich in die Mitte. Shit, ich schaffe es. Ich schaffe es. Wir haben noch nicht Top 3, aber egal. Was mache ich? Nein, nein. 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 Ich stand da fest. Das ist halt so ein Bug mit Worts, Leute. Wow. Nein. Nein. Ich kann dann. Die Sandwichen und ich halten nur. Halten nur. Halten nur. Dann nehme ich noch. Komm, eine Runde geht noch, bitte. Ich kann eine Runde schaffen. Dann werde ich so ausrasten. Okay, ganz gechillt rückspielen. Da ist ein Power 1 Spike. Der hat dann vermutlich so um die 10.000 Pokale. Nice. Ja. So lächerlich. So lächerlich. So. Dann. Nein. Nein, 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 nein. So, dann hätte ich halt reinpushen müssen. Aber meine Finger sind so schwitzig, ey. Ich habe keine Ahnung. Nein. Richtig? Hoppisch. Nein. Nein. Scheiße. Ich brauche wieder. Und so wichtig. Ich will die Leben. Hä? Das ist ein Bot. Lol. Let's go. Die Cube sind so wichtig. Nein. Schrank kassiert. Okay. Bitte schaffe ich es jetzt mal. Ich kann das gewinnen halt. Das ist das Ding. Ich habe 8 Cubes. Ich kämpfe, glaube ich, gegen einen, äh, den ist gegen, wie hieß der? Nani, ja, glaube ich. Ich glaube, die Meteoren weisen darauf hin, dass der hier ist. Ja, der ist da im Busch. Das ist ein Carl. Mit zwei Cubes. Ich wand einfach rein. Nein. Wenn ich das jetzt... Ja! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mordsrank 10. Okay, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Und weil ich die Challenge in dem Video geschafft habe, gollen wir uns noch die Megabox. Wenn da etwas krasses rauskommt. Let's go! Schau dir. Egal. ich will sagen das war's mit dem video haut rein lassen lassen oder für so eine schwere challenge